Mobilität Boja begrüßt Sie auf der Linie 200 nach Sissach über Füllensdorf und Liestal. Nächste Haltestelle, Münchacker. Schwimmbad. Rangacker. Hülften. Füllensdorf, Kittler. Ebene. Schöntal. Fränkendorf-Füllensdorf, Bahnhof. Fränkendorf, Mühlacker. Liestal, Industriestraße. Nunsachereck. Schildareal. Kantonsspital. Nächste Haltestelle, Liestal, Bahnhof. Weiterfahrt nach Sissach. Mobilität Boja begrüßt Sie auf der Linie 200 nach Sissach über Lausen und Ettingen. Nächste Haltestelle, Wasserturmplatz. Stadion. Altmarkt. Lausen, Ronda. Rolleweg. Lausen, Bahnhof Nord. Uelizelg. Lahnmatt. Ittingen-Industriepark Ittingen-Dorf Ittingen-Bahnhof Landstraße Sessach-Ebenrhein Zunzenstraße Sessach, Bahnhof Dieses Fahrzeug fährt im Anschluss weiter als Linie 200 nach Prateln, auf Wiedersehen Mobilität Boja begrüßt Sie auf der Linie 200 Prateln über Ittingen und Lausen Nächste Haltestelle Zunzenstraße Nächste Haltestelle Liestal, Bahnhof Weiterfahrt nach Prateln Mobilität Boja Liestal begrüßt Sie auf der Linie 200 nach Prateln über Fränkendorf und Völlinsdorf Nächste Haltestelle Kantonsspital Prateln, Bahnhof Nord Endhaltestelle Dieses Fahrzeug fährt im Anschluss weiter als Linie 200 nach Sessach Auf Wiedersehen Einerein Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020